Warum nicht? Ein fucking Kai, oder? Der auf der fucking Zingrommission der ganze Zeit auf Dervish ne Flagge rennt. Ich kann dann genauso gut einen Duaner spielen, eigentlich. Oder Melandro. Keine Conditions oder Hexes. Warum scrimmen wir? RAND? FK Da muss man ihn halt anrufen. Ja, nur ruf ihn an, weil wir scrimmen machen. Klar. Er freut er sich sicher. Er geht auch nicht dran. Ja, lass mal an. Du hast jetzt ernsthaft angerufen. Warum nimmt denn keiner von einem oder zwei die Frage mit? Was ist denn los bei euch? Der nächste. Okay, dann mach ich's jetzt immer. Aber ich bin kein Dervish. Paraele Mesmer. Kennt man die? Ja, Kai und so ist das. Kai spielt noch. Ehm, Capstone? Ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ah, ich bin gar kein Guardian mehr. Nur ein Shield Guardian. Wollte mal gucken, müssen wir hochkommen, ihr Trolls, wenn da drei Leute sind. Ja, spann doch mal deinen fucking Nacken. Hier, Target 3, 2, 1. Uff, dein Nacken. Das ist so los. Ein Voll-Twein heute am Start heute. Wer sagt, was wir los mit euch? I'm back. Sorry I was updating the... Extreme Threat. Oh, ich bin nur sechs gegen uns. Hier, 3, 2, 1. Ah, shit. 3, 2, 1. Ich hab hier geleinbeckt von irgendjemanden. Waaah! 1 HP. Wer hat, du bist hier... Conjure Frost. 3, 2, 1. 3, 2, 1. We have target in 4. 3, 2, 1. Sky in 3, 2, 1. Ah, das hätte ein bisschen eher vermissen. Ja, der hat Infused 3, 2, 1. Pullst. Ja. Ja, da war Potswitter auf alles. Irgendwas raus. Das ist ein Spike, du solltest öfter hinführen. Ja, stimmt. 3, 2, 1. Das stimmt für eine perfekte. Der Bot hat aber auch schon wieder. Ich will aber den Guardian wieder. Ich bin jetzt auf 30. Schätze. Oh, oh, das sieht noch ein Spike aus. Ja. Warte mal, ähm... 4, 3, 2, 1. Ah, das ist okay. Wir haben keine Flag, ne? Die stehen ganz gut. Wir stehen so ein bisschen enger. Wir haben keinen AC, weil es schlecht ist. 3, 2, 1. Ja, aber die haben irgendwas back schon. Die ist under attack. Ja, ich hab meine Waffe verstanden. Die spielt übrigens Whirling. Ah, das ist der Archer da, oder? Ich hol die vielleicht. Muss ein bisschen definitiv spielen. Ach, das ist der Archer, okay. Bleib mal auf dem drauf, hier. 3, 2, 1. Das ist ein Scumbag, ey. Ja, gut. Hier ist Conjure up. Wetter. In 3, 2, 1. Hast du gerade einen Conjure geshattet? Ja, was will ich machen? Ich hab keinen Unzip. In 3, 2, 1. Soll ich das noch mehr sterben? Nee, ich mach das kein Fan. Kann jemand anderes die Flag reinlaufen, vielleicht? Ja, wer soll's machen? Ich? Wurde gewirlinged. Ich mach. Ich mach fast auch. Okay, gut. Viel Spaß. In 3, 2, 1. Naja, das war gleich. Lass mal gleich, wenn ich hier noch manifestations will. Ich fülle keine Feuerwehr, ja? Du kannst L-Sherchstelle in 2. Ihres Fan-Sherchstelle in... Fölze nach. Hier, im Target in 4. 3, 2, 1. Der macht jetzt franzig, das war klar. Guck. Was ist denn? L-Sherchstelle? Ja? Nicht die L-Sherchstelle einmal. Kommen die Barstược nicht hoch. Ein paar darf hier. Ja, ich bin gleich wieder in der sucks. Nein, ich bin schon wieder in der Range. 2, 1, 4 Ja Hellsearch plus Whirling X Chain KD Ja wir waren am Anfang eine wenige Und jetzt sind wir Wir waren am Anfang zwei wenige Und jetzt sind wir die ganze Zeit eine wenige Mag wer retten? Keinen retten mehr Du musst das nicht sagen, das ist schon ok Wir haben halt auch keinen derbischen Er kommt auch nicht, er ist gerade was Das hat er gemeint Dann geh ich noch was jetzt Ja dann geh ich auch auf K Wollen wir einfach lieben oder? Nein, das einfach Das ist einfach verloren Ich werde dann Okay Hm, es scheint wir zugeben, weil wir Leute wollen zu essen, also Ähm Wir sind nicht nur 5 1v8 1v8 Fk I'm going for low damage. Yeah. White-Nex is really, really good with lightning surge, by the way. If you don't remove it in time, we're gonna sprout. Ja. They just covered it with shame, so I couldn't remove it myself, and then they removed my stance and I got shanked TD twice. Und ich werde hochhalten? Hm? Und ich werde hochhalten. Und ich werde hochhalten. Und ich werde hochhalten. Ja, ich hatte ein Messmontender noch auf dem Unten Warrior. Nehmen wir den richtigenger returningen. Ich frocerte die Drimow alternativen. Drei ver Academy. Det 아닙ste треть auf! Das ist definitiv noch lange ab. Ja.